Brackenheim ist eine Stadt im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg. Mit 798 Hektar Gesamtreppfläche ist sie die größte württembergische Weinbaugemeinde. Einer der bekanntesten Söhne der Stadt ist der erste deutsche Bundespräsident Theodor Heuss. Geografie Brackenheim liegt an der Zaber im Zabergäu im südwestlichen Landkreis Heilbronn, 15 Kilometer südwestlich der kreisfreien Stadt Heilbronn. Mit seinen Stadtteilen erreicht Brackenheim die Abhänge des Heuchelbergs im Norden und berührt im Süden die Ausläufer des Stromberghöhenzuges. Die Landschaft prägt der intensiv betriebene Weinbau. Nachbarstädte und Gemeinden Brackenheims sind Klebronn, Gücklingen, Eppingen, Schweigern, Nordheim, Laufen am Neckar, Kirchheim am Neckar und Bönigheim. Mit Klebronn ist Brackenheim eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft eingegangen. Brackenheim besteht aus insgesamt acht Ortsteilen, neben Brackenheim selbst aus Botenheim, Dürrenzimmern, Haberschlachthausen an der Zaber, Meimsheim, Neiperg und Stockheim. Zu Brackenheim selbst gehören noch die Wohnplätze Bürgermühle und St. Johannesmühle, zu Meimsheim die Wohnplätze Bellevue, Obere Schellenmühle und Untere Schellenmühle, zu Neiperg Schloss und Hof Neiperg, zu Stockheim Schloss und Hof Stocksberg. Abgegangene, nicht mehr bestehende Orte sind die Hengstmühle auf Markung Botenheim sowie Jägerhaus, Schleifmühle und Stärkefabrik auf Markung Meimsheim. Geschichte Das Gebiet zwischen dem Strom und dem Heuchelberg ist schon seit etwa 5000 bis 6000 Jahren besiedelt. Die ältesten menschlichen Siedlungsfunde auf dem Gebiet der heutigen Stadt Brackenheim datieren aus der Jungsteinzeit, aus der etwa 30 Siedlungsstellen im Stadtgebiet nachgewiesen sind. Auch aus den nachfolgenden Epochen ist eine Besiedelung des sich längs und nördlich der Zaber erstreckenden Stadtgebietes belegt, das von zahlreichen vorgeschichtlichen Wegen durchzogen wurde, die in und um den heutigen Stadtteil Meimsheim einen wichtigen Knotenpunkt hatten. Zur Zeit der Römer lag Brackenheim im Hinterland des Neckarodenwald-Limes bzw. obergermanisch-rhetischen Limes. Im fruchtbaren Zabergeu bestanden damals zahlreiche römische Gutshöfe. Die bedeutendsten Funde aus römischer Zeit im heutigen Stadtgebiet wurden bei der Martinskirche in Meimsheim und in Hausen an der Zaber geborgen. Aus der nachfolgenden Zeit der Allermannen gibt es aus Brackenheim nur vereinzelte und teilweise umstrittene Funde. Die intensive Besiedelung des heutigen Stadtgebiets und die Gründung der heutigen Stadtteile fand dann während der fränkischen Landnahme ab dem 6. Jahrhundert statt. Der Stadtteil Meimsheim wurde 788 im Lorscher Kodex erstmals erwähnt. Es folgen 793, 94. Botenheim und Frauenzimmern oder Dürrenzimmern. Ein Zeisolf von Brackenheim wurde im 12. Jahrhundert im Hirsauer Kodex anlässlich einer Schenkung von Gütern in Botenheim und Meimsheim erwähnt. Der Ort Brackenheim wird in einer Urkunde Erkingers von Magenheim von 6. Oktober 1246 erstmals genannt. Die Herren von Magenheim sind ein spätestens seit 1147 nachweisbares Adelsgeschlecht mit umfangreichen Besitztümern in Kraichgau und Zabergeu und mit Beziehungen zum Bistum Mainz, Bistum Speyer, Bistum Worms zu den Staufern und auch zu König Rudolf I. von Habsburg. Auf die Magenheimer, die eventuell auch schon auf einer durch den Gewahrnamen Burg nachgewiesenen alten Burg einen Sitz hatten, geht der Ausbau des Ortes Brackenheim zur Stadt zurück. Der bestehende Ort wurde dabei planmäßig erweitert und nahezu rechteckig ummauert. Außerdem wurde dabei ein neuer Herrensitz innerhalb der Stadt errichtet, auf den das heutige Schloss zurückgeht. Die älteste Erwähnung als Opidum datiert auf 1279. Das Stadtrecht wurde durch Rudolf I. förmlich am 29. Mai 1280 verliehen. Mit der ersten Erwähnung des Markthus in Richtung Neiperg im Jahr 1301 gilt der Abschluss der Ummauerung der Stadt als belegt. Die Stadt ist bis ins frühe 20. Jahrhundert kaum über diese mittelalterliche Umfassung hinausgewachsen. Durch Erbteilung zerfiel der Besitz der Magenheimer in verschiedene Teile. Um 1280 erhielt dabei Eckinger III. von Magenheim die Stadt Brackenheim mitzugehör. Nach 1287 teilten dessen Söhne den Besitz nochmals auf. Über weitere Erbgänge kam eine Hälfte von Brackenheim an Graf Burkhard von Hohenberg, der seinen Besitz in Brackenheim, Magenheim sowie auf Burg Blankenhorn 1321 an Graf Eberhati von Württemberg verkaufte. Dessen Sohn Ulrich III. veräußerte den Besitz in Brackenheim zwar 1327 an Erzbischof Matthias von Mainz. Jedoch erlangte Württemberg um 1356 den Besitz an jener Hälfte der Stadt zurück. Faktisch scheint Württemberg ab jener Zeit jedoch die Herrschaft über die ganze Stadt ausgeübt zu haben. Da Eberhard II. am 27. Dezember 1367 von vier Magenheimer Erben auch den Anspruch auf die restliche Hälfte der Stadt für eine sehr geringe Summe erwarb. Brackenheim wurde württembergische Amtsstadt. Zum Amt Brackenheim zählten ursprünglich neben der Stadt auch noch die Orte Haberschlacht Meimsheim, Nordheimhausen an der Zaber, Dürrenzimmern und die württembergische Hälfte von Klebron. Später kamen noch die Gemeinden Kleingartach, Niederhofen und Städten am Heuchelberg hinzu. Das Schloss Brackenheim wurde zusammen mit der Stadt und dem Amt Brackenheim verschiedenen Witwen württembergischer Regenten als Witwensitz verschrieben. Außerdem diente es auch als Sitz des jeweiligen württembergischen Obervogts. Im 17. und 18. Jahrhundert hat jedoch keine der mit dem Schloss bedachten Witwen auch tatsächlich in Brackenheim gewohnt. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges hatte Brackenheim vielfach Plünderungen und die Auswirkungen von Truppendurchzügen und Einquartierungen zu erdulden. Die größte Not war gerade überwunden, als ab 1688 mit dem Ausbruch des Pfälzer Erbfolgekriegs sich erneut militärische Operationen um Brackenheim zu trugen. Inmitten dieser Notzeit mit Plünderungen und der Verwüstung von Feldern ereignete sich im Mai 1691 ein großer Stadtbrand, bei dem 112 Gebäude in Brackenheim zerstört wurden. Der Umstand, dass die Einwohner der umliegenden Amtsorte ihr Mobiliar und ihre Fruchtvorräte in der vermeintlich sichereren Stadt eingelagert hatten, vergrößerte das Ausmaß der Katastrophe dramatisch. Es kam zu Hungersnot und Armut, die durch die kriegerischen Handlungen und Missernten in den Folgejahren noch vergrößert wurden. Nach dem Stadtbrand von 1691 waren weite Teile im Norden und Osten der Stadt zerstört, wobei sich der Wiederaufbau bis weit in das 18. Jahrhundert hineinzog. Eine Neugestaltung des Marktplatzes war notwendig. Auch das alte Rathaus von 1424 war abgebrannt, sodass der Rad in das ehemalige Barthaus zog. Bis ein 1776 Dicker Sekunden neue Rathaus an der Stelle des Alten fertiggestellt war. 1806 wurde Brackenheim Oberamtsstadt des Oberamtes Brackenheim. Nach dessen Auflösung 1938 kam Brackenheim zum Landkreis Heilbronn. 1933 wurden 1633 Einwohner gezählt. 1939 waren es 1671. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurde Brackenheim am 2. und am 5. April 1945 zum Ziel mehrerer Bombenabwürfe, wobei zahlreiche Dächer abgedeckt und einige Gebäude, vor allem Scheunen, stark beschädigt wurden. Obwohl am 5. und 6. April noch Panzersperren errichtet und zwei Brücken gesprengt wurden, zogen französische Truppen am Nachmittag des 6. April 1945 kampflos in Brackenheim ein. Anschließend kam es vereinzelt zu Plünderungen und Vergewaltigungen. Die Kriegsschäden waren im Wesentlichen bereits im Spätjahr 1945 behoben. Im Jahr 1946 fanden rund 550 Heimatvertriebene größtenteils aus dem Sudetenland Aufnahme in Brackenheim. Im Zuge der baden-württembergischen Gemeindereform wurden von 1971 bis 1974 die Nachbargemeinden Botenheim, Dürrenzimmern, Haberschlacht, Hausen an der Zaber, Meimsheim, Neyperk und Stockheim nach Brackenheim eingemeindet. Die rege Ausweisung von Baugebieten ließ die Ortsteile teilweise zusammenwachsen und führte zu einem deutlichen Bevölkerungswachstum. Alleine von 1995 bis 2004 um annähernd 2700 Einwohner, Brackenheim ist seit der Reformation überwiegend evangelisch geprägt. Die Stadt ist Sitz des Kirchenbezirks Brackenheim der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. In Brackenheim, Botenheim, Dürrenzimmern, Hausen, Meimsheim und Neyperk gibt es eigene evangelische Kirchengemeinden. Haberschlacht und Stockheim haben eine gemeinsame Kirchengemeinde. Brackenheim ist auch Sitz des Evangelischen Bezirksjugendwerks Brackenheim, das als Teil des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg für die Jugendarbeit in den Kirchengemeinden des Kirchenbezirkes Brackenheim zuständig ist. In Stockheim gibt es die katholische Kirchengemeinde Sankt Ulrich, die auch Haberschlacht und den Eppinger Stadtteil Kleingartach umfasst. Neyperk gehört zur Kirchengemeinde Sankt Martinus in Schweigern. Die katholische Christusköniggemeinde in Brackenheim entstand im Wesentlichen durch den Zuzug von katholischen Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg und umfasst die restlichen Brackenheimer Stadtteile. In Brackenheim sind auch eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde und die Zeugen Jehovas vertreten. In Botenheim die evangelisch-methodistische Kirche und in Meimsheim die neuapostolische Kirche. Politik Nach der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 hat der Gemeinderat Brackenheims 30 Sitze. Das Wahlergebnis lautete wie folgt. Weiteres Mitglied des Gemeinderates und dessen Vorsitzender ist der Bürgermeister. Nach der Kommunalreform gab es ab 1974 in einigen der Brackenheimer Ortsteile Ortschaftsräte und ehrenamtliche Ortsvorsteher in anderen nicht. Um möglichst eine Gleichbehandlung aller Ortsteile zu erreichen hatte der Brackenheimer Gemeinderat in einem Entschluss vom 29. Januar 2004 die Ortschaftsräte aufgefordert, sich bis zum Jahr 2008 zugunsten sogenannter Gesprächskreise, wie sie bereits in den anderen Teilorten bestanden, aufzulösen. Der letzte Ortschaftsrat in Haberschlacht löste sich 2009 auf. Es gibt nun in allen Ortsteilen und in der Kernstadt sogenannte Gesprächskreise. Die Mitglieder des Gemeinderates beschlossen am 3. Juli 2014 mehrheitlich die Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Brackenheim und damit die Aufhebung der unechten Teilerzahl ab der nächsten Wahl des Gemeinderates in Brackenheim 2019. Die künftige Sitzzahl der Mitglieder des Gemeinderates wird ab 2019 auf 22 Sitze festgelegt. Wappen und Flagge Die Blasonierung des Brackenheimer Wappens lautet In rot entstehender silberner Bracke mit schwarzem Halsband und silbernem Leitring. Die Stadtfarben sind weiß-rot. Schon das älteste erhaltene Siegel Brackenheims von 1301 zeigt den stehenden Bracken als redendes Wappen. Der Hund wurde im Lauf der Jahrhunderte in verschiedenen Stellungen stehend schreitend springend USW und seit dem 16. Jahrhundert mit verschiedenen Zugaben wie Halsband oder Kette verwendet. Die Farben sind stets gleich geblieben und gehen wahrscheinlich auf die Herren von Magenheim zurück, die Brackenheim zeitweise als Mainzer Lehn besaßen. Im Jahr 1953 legte der Brackenheimer Gemeinderat in Anlehnung an das älteste Stadtsiegel das Wappen in seiner jetzigen Form fest. Schon 1962 schloss der heutige Stadtteil Neipark eine Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Masan in der Gascogne. 1978 schloss Brackenheim eine Partnerschaft mit der französischen Stadt Scharnay-les-Mekin im Burgund, die 1996 um die italienische Gemeinde Castagnol-de-le-Lanze im Pimont erweitert wurde. Mit der polnischen Gemeinde Z. Bronslawitz in Oberschlesien wurde 2001 ein Freundschaftsvertrag geschlossen. Freundschaftliche Beziehungen auf Vereinsebene werden zudem mit Lelude in Frankreich und mit Port Talbot in Wales gepflegt. Im Jahre 2000 ist Brackenheim in Anerkennung des Einsatzes der Stadt für die europäische Idee vom Europarat mit dem Europadiplum ausgezeichnet worden. Um die Pflege der freundschaftlichen und partnerschaftlichen Beziehungen kümmert sich das Partnerschaftskomitee der Stadt Brackenheim. Kultur und Sehenswürdigkeiten Der Verein Kulturforum Brackenheim e. V. verfügt seit 1994 mit der Kapelle im Schloss über eine eigene Spielstätte mit 200 Plätzen, die für Konzert-, Kabarett- und Theatergastspiele genutzt wird. Das im Jahr 2000 eingerichtete städtische Theodor-Heuss-Museum in der Obertor-Straße widmet sich dem Leben von Theodor Heuss, dem großen Sohn der Stadt. Schon von 1968 an befand sich am gleichen Standort eine Theodor-Heuss-Gedenkstätte. Das Heimatmuseum des Heimatvereins Brackenheim im Stadtteil Botenheim zeigt heimatgeschichtliche Exponate, Bauwerke die evangelische Stadtkirche seinkt. Jakobus geht auf eine ehemalige Jakobuskapelle zurück, die verschiedentlich im Stil der Gotik ausgebaut und im frühen 16. Jahrhundert zur Stadtkirche erhoben wurde. Die evangelische Johanneskirche auf dem Brackenheimer Friedhof ist die ursprüngliche Brackenheimer Pfarrkirche. In dieser spätromanischen Basilika mit hochgotischem Chor sind Wandmalereien des 13. und 14. Jahrhunderts sowie zahlreiche historische Grabmale erhalten. Die Kirche diente nach dem Zweiten Weltkrieg auch für Gottesdienste der katholischen Gemeinde, bevor diese sich 1954 mit der Christus-König-Kirche ein eigenes Gotteshaus errichtet hat. Das Schloss Brackenheim im Süden der Altstadt wurde von 1556 bis 1559 als Stadtschloss anstelle der alten Burg der Herren von Magenheim unter Herzog, Christoph von Württemberg durch Baumeister Martin Berwart erbaut. Der dreiflügelige Bau diente als württembergischer Witwensitz. Nach einem Brand 1670 wurden der Westflügel und der nördliche Querflügel von 1677 bis 1685 durch Baumeister Weiß wieder aufgebaut, wodurch das Schloss im Wesentlichen seine heutige Gestalt erhielt. Später war das Gebäude Wohnung des Obervogts und Amtssitz. Derzeit ist nur noch das Amtsgericht im Schloss untergebracht. Das Oberturhaus war von 1828 bis 1907 Oberamtsgefängnis. Seit 1968 befindet sich in dem Gebäude die Theodor-Heuss-Gedenkstätte, welche im August 2000 in neuer Gestaltung als Theodor-Heuss-Museum wiedereröffnet wurde. Gegenüber dem Oberturhaus befand sich das Geburtshaus von Theodor-Heuss. Das 1950-51. dem Bau der bis 1975 betriebenen und heute als Stadtarchiv genutzten Weingärtner-Genossenschaft weichen musste. An dieses Gebäude erinnert nun ein Gedenkstein. Stadtkirche, St. Jakobus. Innenhof des Stadtschlosses. Oberturhaus, Theodor-Heuss-Museum. Das Rathaus ist ein 1774 erbautes Gebäude im Stil des Rokoko. Es steht an der Stelle eines 1424 errichteten Vorgängerbauwerks und wurde 1954 umfassend renoviert. Das neue Bad war von 1400 bis 1530 zunächst ein Beginnenhaus, wurde 1576 zum Stadtbad umgebaut, diente nach dem Brand von 1691 als Rathaus bis 1776 und ist seitdem Geschäftshaus. Hier befanden sich zeitweilig eine Schmiede und eine Färberei. Das Oberamtsgebäude beherbergte das Oberamt Brackenheim bis 1800. Danach wurde es als Wohn- und Geschäftshaus genutzt, lange Zeit als Bäckerei. Die alte Schule bei der Stadtkirche wurde 1618 erbaut und war bis 1804 eine Lateinschule, danach noch Schulgebäude bis 1896. Das schmuckvolle Fachwerkhaus, an das sich die ehemalige Prädikatur anschließt, ist heute ein Bürogebäude. Das evangelische Diakoniehaus wurde 1706 erbaut. Das evangelische Dekanatsgebäude wurde 1749 errichtet und bis 1977 genutzt. Neues Bad, alte Schule, Ehe, Efang, Dekanat. In der Brackenheimer Altstadt sind zahlreiche weitere historische Fachwerkgebäude erhalten. Herausragend sind das Pründnerhaus von 1461, das Gebäude von 1580 in der Rosengasse sowie das Gasthaus Ochsen mit schmuckvollem Renaissanceportal. Das 1993 renovierte Benthaus der Schlosskellerei wurde um 1600 errichtet und wurde ab 1956 viele Jahre bis zu dem Neubau eines geräumigen Feuerwehrhauses auch von der Freiwilligen Feuerwehr genutzt. Etwas außerhalb der Altstadt befindet sich das alte Postamt von 1902, das heute als Jugendhaus genutzt wird. Fachwerkgebäude von 1580, Fachwerkhäuser gegenüber dem Rathaus, Benthaus. Insgesamt 14 Sportvereine sind in Brackenheim und seinen sieben Stadtteilen aktiv. Organisiert sind sie im Dachverband der sporttreibenden Vereine in Brackenheim e.V. Der Dachverband versteht sich als Sprachrohr sowie als Kontrollorgan bei der Vermittlung gemeinsamer Interessen der Mitglieder gegenüber der Stadt. Brackenheim Im Brackenheim-Inkel-Stadtteilen gibt es insgesamt 14 Rasenspielfelder, 1 Kunstrasenspielfeld, mehrere Mehrzweckspielfelder, 11 Turn- und Versammlungshallen, 2 Hundesportanlagen, 1 Kleintierzuchtanlage, 1 Reitsporthalle mit Turnierplatz, 1 Schießsportanlage, 1 Kleinschwimmhalle, 1 Trimmtichfahrt und mehrere Tennisplätze sowie das Sportzentrum im Wiesenthal mit Kampfbahn Typ B und 8 Bundeskegelbahnen. In Brackenheim gibt es die Naturschutzgebiete Zabaun und Haberschlachtertal, Wirtschaft und Infrastruktur. Brackenheim ist die größte Weinbaugemeinde Württembergs und liegt an der Württemberger Weinstraße. Seit 700 Jahren ist Weinbau in der Gegend nachgewiesen. Auf 798 Hektar Rebfläche werden zahlreiche Rebsorten wie Lemberger, Trollinger, Spätburgunder, Riesling, Muskatela und Kerner angebaut. Brackenheim ist nicht nur die größte Weinbaugemeinde Württembergs und nach Wogtsburg im Kaiserstuhl die zweitgrößte in Baden-Württemberg, sondern auch die größte Rotweingemeinde Deutschlands. Neben drei Weingärtnergenossenschaften mit über 1200 Mitgliedern gibt es über 30 Selbstvermarkter, die sich selbst um Ausbau und Vermarktung ihres Weines kümmern. Ein Wein- und Naturlehrpfad informiert ausführlich über Rebsorten und Weinbau in alter und neuer Zeit. Auch die Pflanzen- und Tierwelt im Weinberg wird vorgestellt. Anschlüsse an das Fernstraßennetz bestehen in den Nachbarstädten Laufen am Neckar und Schweigern. Der öffentliche Nahverkehr im Verkehrsverbund H3NV wird von Bussen der Regionalbus Stuttgart bedient. Anschluss an das Schienennetz besteht ebenfalls in Laufen am Neckar und Schweigern. Die 1896 von Laufen am Neckar bis Gücklingen eröffnete Zabergäubahn verfügte über Bahnhöfe in Hausen, Malmsheim und Brackenheim und wurde 1986 im Personenverkehr und 1995 im Güterverkehr stillgelegt. Entwurfene Pläne, die Strecke als Bestandteil des Heilbronner Stadtbahnnetzes bis 2011 wieder zu reaktivieren, wurden seit 2006 jedoch wegen Fehlender finanzieller Mittel nicht weiter verfolgt. Beim Malmsheimer Bahnhofsgebäude handelte es sich um einen Einheitsbahnhof vom Typ IE, beim Brackenheimer um einen solchen vom Typ IEA. Über das Geschehen in Brackenheim berichtet die Tageszeitung Heilbronner Stimme in ihrer Ausgabe SW Südwest. Die Stadtverwaltung gibt wöchentlich ein Amtsblatt heraus, das über die Geschehnisse der Gesamtstadt informiert. Das in den 1960er Jahren errichtete Krankenhaus Brackenheim, das seit 2001 zum in diesem Jahr gegründeten Klinikverbund SLK-Kliniken der Stadt und des Landkreises Heilbronn gehört, ist ein Haus der Grundversorgung mit 130 Betten. Am Krankenhaus befindet sich ein Rettungswache. Das Brackenheimer Amtsgericht ist mit einem Richter eines der kleinsten in Baden-Württemberg. Es gehört zum Landgerichtsbezirk Heilbronn und Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart. Die Stadt ist auch Sitz des Kirchenbezirks Brackenheim der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Die Theodor-Heuss-Schule in Brackenheim ist eine Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule. Jeweils eigene Grundschulen gibt es in Botenheim, Dürrenzmannhausen an der Zaber, Meimsheim, Neyperk und Stockheim. Das Zabergäu-Gymnasium Brackenheim wird von über 900 Schülern aus den Städten und Gemeinden des Zabergäus besucht. Darüber hinaus ist in Brackenheim auch die Henry-Miller-Schule angesiedelt. Des Weiteren unterhält die Volkshochschule unter Land eine Außenstelle in Brackenheim. Die Stadtbücherei Brackenheim mit über 22.000 Medien steht allen Einwohnern zur Verfügung. Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt Wilhelm Beidenbach, Theologe und Geistlicher. Bernhard Schafalitzki von Mokadell, schwedischer Generalmajor und Württemberger Diplomat. David Christoph Seibold, evangelischer Theologe und Hochschullehrer. Karl-Heinrich Köstlin, Professor für Naturgeschichte an der Hohen Karlsschule Stuttgart. Georg Emil von Mayer, geboren in Neyperk, württembergischer Stadtdirektor und Regierungspräsident. Theodor Möckling, Seidenbaufachmann, Politiker und Revolutionär. Henry Miller, deutsch-amerikanischer Viehzüchter. Theodor Moosbrugger, Architekt und Regierungsbaumeister in Heilbronn. Albert Hürth, Ingenieur und Erfinder. Hermann Heuss, Architekt und Hochschullehrer. Theodor Heuss, Politiker, Bundespräsident MDR-MDB Ehrenbürger Brackenheims. Alfred Bühler, Künstler. Eberhard Leier, Erfinder und Unternehmer. Reinhold Zundel, Politiker, 1966-1990 Oberbürgermeister von Heidelberg. Reinhold Schwarz, Psychoanalytiker und Arzt. Michael Herbricht, Politiker, MDL vom 24. April 1992 bis 31. Mai 2001. Frank Höfle, mehrfacher Paralympicsieger. Markus Bayer, Fußballspieler. Marian Petkovic, Fußballspieler. Eiden Zetin, Fußballspieler. Ehrenbürger aus Brackenheim. Hermann Schelle, Bürgermeister. Aus Dörenzimmern. Ernst Gottlieb-Laug, Pfarrer. Aus Haberschlacht. Eduard Wörner, Pfarrer. Aus Hausen an der Zaber. Karl Mayer, Gemeindepfleger. Aus Stockheim. Norbert Danner, Bürgermeister. Aus der Gesamtstadt Brackenheim. Karl Lang, geschäftsführender Gesellschafter der FH. Gustav Riech-Singersin. Karl Seither, Konrektori. Er, sonstige mit der Stadt verbundene Personen. Sadok Selisoltan, türkischer Offizier und möglicher Goethe-Vorfahr. FH. Untertitelung des ZDF, 2020